Ich darf jetzt zum nächsten Lightning Talk kommen. Das ist zum Open Data Day. Danke sehr. Es ist kein Talk, sondern eine Ankündigung. Heute ist auch ein, zwei Mal Open Data gefallen. Wem der Begriff noch nichts sagt, hat er am Samstag die Möglichkeit, ab 13 Uhr im Raum D, im Museumsquartier, quasi am internationalen Open Data Day teilzunehmen. Da gibt es auch einen Österreich-Ableger davon. Diesmal mit Schwerpunkt Finanzdaten, Transparenz und Förderungen. Das heißt, es wird versucht, aus PDFs zum Beispiel Daten zu extrahieren. Aber auch, es sind nicht nur Entwickler angesprochen, sondern wer eine Idee hat, was er gern mit Open Data machen möchte oder Designer, der ist dort herzlich eingeladen, vorbeizuschauen. und Infos gibt es auf okfn.at, glaube ich. Und Flyer gibt es hinten? Ja. Okay. Also Samstag, 13 Uhr im Museumsquartier. Okay, alles klar. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.